servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit ein bisschen datamining welches wowhead.com betrieben hat und zwar haben diese splash screens aus den spieldateien gefischt das sind letzten endes die dinge die ihr seht wenn ihr euch zum ersten mal einloggt nach dem release von dragonflight nach dem release des prepatches und so weiter und so fort wir haben ein splash screen von dragonflight launch und einen der ersten season und wir gucken einfach mal was uns blizzard da so ankündigt und verspricht weil oftmals stellen sie ja da die größten features in den vordergrund die texte und so weiter sind hier noch nicht drauf eingefügt auf den bildern das geschieht dann im spiel aber wir haben ihn schon mal unten drunter der texas dragonflight professions update new features including crafting orders equipment specializations and more das geht dann hier mit also die berufe wurden geupdatet wir haben jetzt aufträge equipment spezialisierungen und mehr das drachen reiten soar through the dragon isle skies with a thrilling new movement system also mit einem atemberaubenden neuen movement system könnt ihr euch durch die lüfte der drachen inseln schwingen und dragon isles travel to the ancestral home of the dragon flights and help them reclaim their legacy reist zu den drachen inseln und hilft den drachen den aspekten ihre ja ihre legende zu bewahren also alles sehr sehr marketing mäßig es geht jetzt nicht wirklich sehr ins detail ich weiß nicht ob ich unbedingt die features genommen hätte klar ist es thematisch passend zum addon aber ich glaube statt dem berufen hätte ich da eher die talentbäume eingepackt wobei die kommen ja schon mit dem prepatch von daher macht das wahrscheinlich sinn dann haben wir hier den splash screen ich mag das wort übrigens zum start der ersten season von dragonflight ich nehme an das wird raid sein das sieht mir nach m plus aus der affix und das sieht nach arena aus gucken wir mal new season one pvp season one earned rewards with the new rated solo shuffle mode also ein kriegs banner hier drin heißt ihr könnt ja dann auch belohnungen sammeln wenn ihr euch alleine über die solo shuffle anmeldet ich bin mal gespannt wie das wird könnte ganz spaßig werden mythic plus season one a new dungeon rotation and the thundering affix await eine neue rotation und der affix donnernd erwartet uns und wall of the incanates stop the primalists from releasing rasageth's imprisoned kin also auch relativ simpel der erste raid wir müssen rasageth aufhalten hatten wir auch schon ein video zu was passiert oder es wird eine andeutung geben auf eine andere alternative zukunft was passiert wenn rasageth nicht von uns gestoppt wird aber wie dem auch sei ich finde diese screens die haben immer recht schöne artworks das muss man sagen also das sind die features die uns erwarten ich muss tatsächlich sagen sehen optisch ganz nett aus bin aber gespannt wie es mit text drauf aussieht das macht blizzard schon immer ganz schön aber ist halt auch nur so eine kleine optische hilfestellung für die spieler vor allem für neue spieler damit schreibt mir eure meinung gerne in die kommentare was sagt ihr zu diesen features die da präsentiert werden sind das die wichtigsten oder hätte blizzard auf was anderes setzen sollen schreibt es in die kommentare dank fürs zusehen reingehauen